Willst du nach Re fragen? Nein. Hallo. Wir decken halt auch ein bisschen. Na ja, eigentlich... Ne, oder? Ich erwarte eher... Ich hab's kaum mit dem Prisoner mitzug. Doch, guck. Loh, was? Hab ich doch gesagt, das zu decken. Wieso lecken die? Weil das keine Dinger sind, das sind hier Kolumbianer und so. Oh, Lava. Doch. Ich hab das nicht gewusst. Zwei Touretts, drei unten in der Base, einer Dach. Dann geh ich wieder zurück, da rennt ich nicht durch. Nice. Defensiv bleiben, defensiv bleiben. Hau 8 Kits in den. Hab ich schon. Warst du 8 Kits gelegt? Unten an der Base, da steht einer auf unser Dach. Kann ich Kaffee durch? Ja, Brücke ist keiner. Dann schau ich Brücke. Einer langer Gang. Der geht weg, der geht zur Brücke. Irgendwie stehen die grad alle auf einem Fleck. Oben. Ja. Einer am Blech. Einer unten langer Gang. Langer Gang ist ein Peak. Ne, der ist nicht. Der ist Peak. Sind zwei links oben. Kaffee ist. Einer ist in der Mitte, aber hatte ich ein Peak so nebenbei, ne? Ja, Kaffee ist grad einer reingesprungen. Ja, der hockt oben am Kaffee. Ich könnte einen von Brücke einholen, dem im langen dann halt easy, aber. Der im langen ist easy, ja, ja. Wenn einer aus der Cafeteria sich den aus dem langen holt, wär eigentlich schon schlau. Der Kaffee, der ho... Hab ihn. Nice. Nice. Der lebt... Der war zwar full peek, aber ich hab trotzdem geschossen. Links oben, der schießt durch den Schlitz. Pass auf, Lukas. Links oben? Ja, ja. Ist ins Haus rein. Pass auf, da steht Turret auf dem Dach, Andi. Ja, wir haben zwei Turret in der Base und eins auf dem Dach. Ja, bei dem Double Container, da. Ne, der war grad noch irgendwo Base unten bei sich. Ist er weg. Im Tod lachen. Gießen, mein ich. Sorge? Andi, recordest du eigentlich auch, oder? Warte, lass ihn mal. Bravo Team wins. Haben irgendwie alle Scorpion oder so an, weil die sind richtig langsam. Zwei Turrets wieder unten. Einer geht da, einer geht da. Einer geht da. Einer geht da. Einer in der Mitte. Unten. Nice. Alles in der Gold. Gitter letzter. Gitter oben. Hast du 8-Kids gelegt? Nein. Alter, ich failame gerade. Der letzte ist oben links, Madlax. In der Ecke. Da weiß, dass du kommst. Da weiß, dass du kommst. Geh nicht hin. Andi, ich lecker ihn wie beim Recorden. Ich hör mal auf. Der ist da, der ist da. Der lag, glaub ich. Nein, nein, nein. Der steht da hart. Oh, der war knapp. Nein, der ist jetzt... Der steht da in der... Nice. Hast du da dumm von ihm. Natürlich. Ja, der hätte mich gelegt. Was? Hast du Warcry, ne? Nein. Ja, okay, dann. Wie lange braucht es jetzt vielleicht noch? Einer halben Minute. 40 Sekunden. Oh, kurz kratzen. Oh, okay. Jangan, Treppe ist unten. Was? Oh mein Gott. Wieder weggeraden. Das passt nicht. Das passt einer, muss Brücke kaufen. Ah, Fail, Alter. Brücke... Langegang ist gerade einer reingesprungen. Ja, wer... Aber... Hä? Wer macht denn Brücke? Ich hab gedacht, du machst Brücke. Nee, ich mach Mitte. Ich mach langen Gang. Das war Fail. Das hat er dann gegangen. Deswegen hab ich gesagt, wir bräuchten einen Torhütt. Ah. Sag mal oben an. Jo. Na, ich glaub nicht, dass sie kommen. Deswegen hat sie nichts mit Abilities zu spielen. Man hört nichts, wenn jemand kommt. Der war aber auch recht schnell da, ne? Unten. Der war doch unten. Wo? Da. Kommt. Hinter dir. Ja. Was, der hat zu viel Hits kassiert? Der oben hat ja gar keinen Schuss getroffen, Alter. Nee. Er träumt dick das Turret beim Schaft, Brücke und Kaffee, Alter. Okay. Er tankt. Er tankt. Er tankt. Er hat ja nicht. Ah. Er hat nicht. Ich hab eine Cafeterie. Er hat ein hartbeet. sag mir der rascht bitte das hätte jetzt gerne geht nicht Bei mir auch, ich glaube wir haben ihn beide getroffen. Links unten! Oh, der loscht jemand! Warum sagt jemand Cafeteria an? Unsere Baseline! Was habt ihr denn in eure Heartpeats? Ich habe gerade langer Gang gehabt, sorry. Ich habe auch die Hardscore. Alle waren irgendwie im Hardscore, aber keiner hat ihn gesehen. Einer aufs Dach oder so? War ich für Sesh gemacht, oder? Langer Rush? Ja, ich werde noch die Snipe vom langen Gang, Alter. Egal. Was? Hä? Der schweckt unter. Wahrscheinlich war es bei ihm gerade in der Luft gestanden, weißt? Wegen seinen Zweier-Pengen. Kill einfach. Ich habe doch eh gewonnen. Ja, Andy, try den. Die haben 16, die haben 18. Try den zu holen. Das kommt besser. Ja, ist gut. Bad프� betrayed mich, aber der was nimmt. Wer war der da? Kannst du das gesehen. Da... Dschuldig. Äh. Das kann nicht sein, ohne mit den Zweier-Pings immer. Die hätten keinen Kill ohne den Pink. Wird bis jetzt immer durch die Band geholt. They're failing. Cool, wir sind dual an mich. Das ist so. Das ist so. Das ist das letzte. Oh, das ist noch. Abin.